Wir haben die dümmste Regierung in Europa. Sarah Wagenknecht teilt am 8.9. im Bundestag aus und fordert den sofortigen Rücktritt Habex. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Aktuell ist es ja so, wegen den hohen Energiepreisen, dass Millionen Menschen, Rentnerinnen und Rentner, Studenten, Hartz-IV-Empfänger, vor allen Dingen auch Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich sehr, sehr leiden. Viele von denen Existenzängste haben und auch in schweren Nöten sind. Wir wissen auch heute schon am 8.9.2022, dass viele Unternehmen ihre Produktion eingestellt haben oder einstellen werden, was zu katastrophalen Folgen für unsere Wirtschaft führen wird. Wir reden hier nicht mehr von Rezessionsangst, sondern von wirklicher Rezession, in der wir uns jetzt schon befinden. Und ich habe gerade im Bundestag die Debatte zum Haushalt 2023 mir angehört und vor allen Dingen auch die Bundestagsrede von Sarah Wagenknecht. Und die war wirklich sehr eindrucksvoll. Sarah Wagenknecht greift Robert Habeck frontal an. Sie sagt, in Deutschland bahnt sich eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe an. Millionen Menschen haben Angst vor der Zukunft zu Wagenknecht, vor explodierenden Lebenshaltungskosten, Horrorabrechnungen. Immer mehr Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Reihenweise Firmen machen dicht, SKW Pisteritz zum Beispiel, in Schlüsselindustrien vor allen Dingen, weil sie die explosionsartig gestiegenen Energiekosten nicht mehr bezahlen können. In der Industrie ist es nicht so wie in der Politik. Ein Minister, der nichts mehr liefert, muss keine Insolvenz anmelden, so Wagenknecht persönlich an Habeck gerichtet. Unternehmen, die wegen hoher Preise nichts mehr verkaufen können, werden vom Markt verschwinden und damit auch deren Arbeitsplätze. Frau Wagenknecht fordert unter Hinweis oder auf Verweis auf andere europäische Länder den sofortigen Stopp der Energiepreisexplosion. Wagenknecht fordert oder wirft Habeck völlige Rückgratlosigkeit vor gegenüber den Absahnern und Mineralölkonzernen, die im Jahr 2022 allein in Deutschland 38 Milliarden Euro mehr Gewinne machen. Stromerzeuger würden, so laut Wagenknecht, 50 Milliarden Euro mehr Gewinne machen, das den Bürgerinnen und Bürgern aus der Tasche gezogen wird. Es droht massenhafte Verarmung der Bevölkerung und die Schließung von weiteren Unternehmen. Wagenknecht wirft Habeck vor, dass er sich von Energielobbyisten ein Gesetz zur Gasumlage hat schreiben lassen, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, die sowieso schon leiden, zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Wagenknecht wörtlich, auf so einen Einfall muss man erst einmal kommen. Wir haben die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Frau Wagenknecht fordert, dass die Sanktionen gegen Russland sofort beendet werden und Verhandlungen über das Kriegsende zwischen Russland und der Ukraine beginnen sollen. Sie und Millionen Rentnerinnen und Rentner, Unternehmer, Studenten können selbst entscheiden, ob wir die dümmste Regierung in Europa haben und Frau Wagenknecht mit ihren Argumenten tatsächlich recht hat. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.